Kaffee heisst für mich, dass ich wach bleibe. Überlebenswichtig. Kaffee ist für mich eine Leidenschaft. Kaffee für mich im Studium bedeutet Leben. Ohne Kaffee wäre ich verloren. Wow, wow. Also ich finde den Kaffee mega fein. Super Kaffee. Ja, ich finde er ist sehr frisch und man schmeckt auch, dass es frisch ist. So, auch von Starbucks. 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 Wow, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ah, ist ein Starbucks Kaffee. Schmeckt super. Starbucks ist denke ich mal dafür bekannt, dass er so feine Kaffees macht. Und ehrlich gesagt, ich habe schon rausgeschmeckt, dass er wohl Starbucks ist. Was unsere Studierenden schätzen ist, dass sie ihren Lieblingscafé von Starbucks hier in der Haswell Lounge direkt beziehen können. Egal ob sie morgens direkt von zu Hause kommen oder abends nach dem Büro in den Unterricht. Der Starbucks Automat ist quasi direkt vor dem Klassenzimmer. Das Gleiche trifft auch eigentlich auf unsere Mitarbeitenden zu, die auch durchaus den Starbucks Café, unserem Bürocafé vorziehen. Was mir an der Zusammenarbeit mit Selecta besonders gut gefällt, ist, dass das Auffüllen der Produkte, die Reinigung täglich von einem Selecta-Mitarbeit erledigt wird und dass wir hier am Standort in Zürich, Likon, gar keinen Aufwand damit haben. Die Zusammenarbeit mit Selecta funktioniert für uns ideal, weil wir haben an 12 Standorten einen Partner, der für uns die Services erbringt. Seit dem neuesten arbeiten wir zusammen mit Starbucks oder mit einer Kombination mit Selecta und das funktioniert auch sehr gut. Starbucks ist für uns ein absoluter Mehrwert, muss ich sagen. Wir sind sehr zufrieden damit. Mal.